hallo und willkommen zurück meine damen und herren wieder in der minecraft ich hoffe es geht euch soweit gut wir sind wieder da bei mir ist soweit eigentlich nichts neues oder nichts dramatisches ziert wir machen einfach ganz normal weiter einzig ist wie ich habe wieder keine folgen mehr wenn ich wieder aufnehmen auch wenn ich noch nicht so den plan davon habe was wir genau aufnehmen könnten aber das findet sich schon aber auch in der zeit jetzt bei der letzten aufnahme leider noch nichts geschafft dementsprechend steht unser riesige urwald immer noch das ist natürlich ein klitzekleines problemchen aber ein klitzekleines problemchen dass sich auch irgendwann lösen wird ich möchte mal ein bisschen wieder mit euch entweder mal ein bisschen wieder rauskommen vorerst vielleicht noch mal schauen wie das mit dem villager nun so klappt nächsten villager den wir haben hoffentlich ist dann einer für die ostseite die ostküste wir sind jetzt alle nur auf west bis süd bis auf unseren einen er hat sich wieder mit jemanden gesellschaft mit alfredo und der uwe genau volle das ist voll warum ist dem seite mit tafel ich weiß das gar nicht ich hoffe nur dass wir bald wieder mal ein neues kindlein bekommen irgendwie sieht es gerade nicht mehr so danach aus es ist natürlich ein bisschen blödes das ist so riesig das ding rein theoretisch könnten wir auch mal anfangen mit unserem haus das wird wieder so viel sein wir machen es heute mal ganz gechillt und schauen nach den nächsten bossen die wir noch haben wahrscheinlich wie schaut es denn da momentan aus blackstone golem haben wir nämlich noch was brauchen wir auch mal was brauchen wir das muss ich ja vorher noch schon soul reaper blaze guardian necromancer also blaze guardian es kann in camby von in nether fortresses and will defend it from players so der f-flame explosion attack my key is running she is protected okay and it's triples bonus von berg okay respond einfach irgendwie naja nee ist cool blackstone okay wohl im altar müssen wir da bauen müssen wir dann gleich schauen haben wir noch nekro weiss ich nicht habe ich auch noch nie gesehen und so rieber so sender willi immerhin ja schon mal etwas dann brauchen wir holemata ja okay ich glaube ich möchte sogar einfach so bauen wie es hier ist glaube ich Wie kriege ich denn das wieder weg Oh nein Oh nein Wie kriege ich das weg Oh nein Ich weiß nicht wie ich das wegkriege Okay Ich weiß nicht wie ich es wegkriege Stone Ist doch Schwarzstein einfach, oder? Müsste doch Eigentlich Kabel Blackstone Ja, nehmen wir auch mit Warte, sagen wir hier drin auch nochmal was Nein Okay, das ist alles, was wir haben Natürlich nicht so viel Das ist natürlich nicht so viel Machen wir mal so Wisst es nervt mich gerade Also was haben wir Wir haben poliert, wir haben gemeißelt Und wir haben geziegelt Nummer 1 Hier Keine Ahnung wie das ist Bin blöd Nicht so schlau Ähm, geht das? Nein Mist Was mache ich denn aus dir dann Wenn ich überhaupt aus dir was machen Blackstone Den haben wir Den hier gibt es noch Okay, das ist kein Problem Mit ziegel Aha Auch aus polierten So eigentlich alles poliert So, die Frage ist Was kann ich mit dir jetzt machen? Gar nichts Gar nichts ist nicht so viel Komme ich mal Bitte Jetzt Nee Was ist denn Kabel Blackstone? Na denne Dann halt nicht Wenn ich gebrauchen Gut Dann machen wir Ah, schade Brauchen wir ein paar mehr Auch wenn nur 4 Das passt Machen wir es mal so Okay Den Rest glaube ich Willen wir dann schon sehen Inwiefern Ich nehme mal das Handbook mit Warte mal Ich habe Keine Werkpunkte Natürlich habe ich Keine Werkpunkte Das ist ein bisschen Blöd Aber ich habe Holz Also von dem her Ist es egal Passt So Nehme ich dann auch So Wollen wir Wo müssen wir denn Jetzt noch hin Hm Ich hab mal Also was? Also wie gesagt Ich habe mal keine Ahnung Wie ich an so eine Nekomanze rankomme Beziehungsweise Hier den komischen Five Nights at Freddy's Typen genauso wie ein blaze guardian nether fortress fortresses ist es ist es aber wo wie noch nie gesehen und ich bin echt schon oft da durch gerannt und wenn du aber keine mal erinnern ich weiß nicht was das war was und warpt in der kürl so send welly was ist denn so send welly so listen seelensamtal da gibt es die freunde werde ich gar nicht mag name tag ja 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 was haben wir hier noch nichts brauchbares werkbank auch nicht mal weg wieder mal glaube ich wieder zeit dass ich mir die dinge hier auch ja alles gut machst du das weg mit dir ich weiß nur nicht genau wie ich hier was finden soll weil das nicht ganz groß ist ich bin auch immer viel zu weit oben die dinge habe ich ja schon um maske von gesehen da gibt es noch ein sich jetzt ist hier habe ich ja schon extrem häufig gesehen das hat lange gedauert bis ich das ging schnell kann ich dich reiten aber du greifst mich bestimmt an und greifst du mit mir an ich habe doch deinen kollegen ich brauche dieses pferd leute jetzt machen wir das ding da rein nein nein schon mag mich was mag mich okay es mag mich schon mal neid mehr neid mehr okay ist absolut cool ist extrem cool und ich glaube das ist echt cool ist nur ein kleines problemchen und das wäre ich wahrscheinlich wichtig mitnehmen soll ich habe auch keine käfige mehr dabei schlauste bist du auch nicht sprunghöhe 36 geschwindigkeit 13 das ist natürlich jetzt blöd ich habe ja auch nirgends ein sattel backpack sagt auch nein danke ich habe gar nichts mit gar nichts habe ich verdammte axt ist das dann eigentlich dunkelapfel alles klar plex sofa müssen wir dann alles für uns daheim noch machen funktioniert denn das überhaupt naja naja brauchen wolle halt auf jeden fall ähm ja dich jetzt mitzunehmen das wird schwierig das wird schwierig leider aber ich meine ich kann ich halt nicht reiten ähm ähm ja der portal zu bauen das würde gehen habe ich aber nicht dazu aber ich habe nichts dafür da ob sie dann komme ich jetzt hier oben auch nicht ok leider das wird jetzt eure abstimmung und ich brauche wirklich jetzt mal ein paar leute die mir hier ihre meinung reinschreiben also ihr seid mir super dankbar damit dafür dass ihr den kanal supportet und die video schaut aber ich würde mich echt drüber freuen dass wenn du gerade der das gerade hört auch einfach mir mal einen kommentar reinschreiben und vielleicht auch zum teil darauf eingeht was ich hier sage damit wir einfach so ein kleines miteinander äh generieren und sich das für mich nicht so ein bisschen ja solomäßig anfühlt weil ich kenne ja immer wieder mal einige in den kommentaren die öfter mal die video schauen was ich auch mega finde wie gesagt ich weiß nicht und das ist super gerne gesehen wenn ihr einfach mal eure meinung da lasst oder mir auch mal hilft bei bestimmten situationen wie zum beispiel jetzt weil ich brauche eure hilfe oder eure abstimmung zählt wie gesagt wenn man halt wieder leider dann keiner was reinschreibt dann entscheide ich einfach selber fühlt sich dann halt irgendwie ja echt nicht cool an aber mache ich dann halt aber jetzt mal auf den punkt zu kommen soll ich uns ein nightmare spornen dann daheim oder von mir aus muss nicht daheim sein sagen wir mal wie viel blöcke sind wir jetzt weg 900 sind ja gut knapp 3000 blöcke weg von unserem portal soll ich in der overworld dann 3000 blöcke weit weg den spawnen solchen direkt zu hause spawnen soll ich ihn gar nicht spawnen weil ihr denkt nee das wäre das wäre zu viel aber genau das sind so die sachen wo ihr gefragt zeit und ihr mir bitte eure ehrliche meinung reinschreiben sollt ich habe sehr sehr lust auf das pferd habe jetzt aber keine chance das zurückzuholen auf unsere insel und wenn ihr sagt ja gut dann hast du pech gehabt dann habe ich pech gehabt dann ist es absolut in ordnung für mich genauso ist auch für mich in ordnung wenn ihr sagt kannst du ruhig machen easy peasy weil dann mache ich das halt so und denken wir dann auch dabei nix ich habe keine blöcke ich habe keine blöcke weil äh könnten wir mitnehmen weil der schwarz stein ist aber es sind halt nur treppen und so ne gehen wir mal nach oben gehen wir mal nach oben wie wir haben ach wir haben ja immer noch keine collection drauf ach das stört mich haben wir auf der collection drauf ja nämlich die ich frage mich halt aber nur leider immer noch wie das funktionieren soll mit den anderen zwei mobs meine black stone golem das erklärt sich von selbst wieder funktioniert aber das ist ich habe gar keine ahnung ja das sind eh nur noch treppen dann ist das egal passt damit haben wir wieder ein bisschen mehr gut das ging es interessiert mich halt überhaupt nicht mich halt nur vielleicht dass der irgendwie unten spawnt und so aber mir geht sie auch acht millionen blöcke nach unten ja leider noch nie gesehen die sind zelle ich lass dich raus nur wenn du mich nicht angriff ist ok du bist so dämlichst du bist so dämlichst dann kann ich dir leider auch nicht helfen dachte der greift mich nicht an genauso wie die einen aus den grünen 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 aber war wohl nichts ja drin schwimmen auf jeden fall fisch ist also cool ich weiß nicht was das sein soll ja ach die schwimmen hier unten layered minus 9 wahrscheinlich 4 nochmal 16 auch unterirdisch habe ich halt noch nie irgendwie was gesehen ich mir denke da könnten die darin sein sogar gar nicht ja mal hin ach das ist sand ok ja das gefühl dass zeit eine ewigkeit sucherei ist und auf sowas habe ich halt gar keine lust eigentlich war noch ein blaze gar nicht gesehen aber wenn ich nicht weiß was das eine ding da drin sein sollen in dem in den türmen hier das ist doch so ein teil da das teil was was ist es white fire auch kein blaze hier kein blaze für mich sind es genau genau die art von angriffen die das teil hat extra mit schwert gekillt aber es ist es nicht weil für crown fragment und entscheidend fragment world fragments born egg alles klar netherite naja mit kann ich mir diese krone machen ok cool white fire hat halt nichts mit dem modpack zu tun von dem wir die quests haben aber wo ich mir denke das ist das einzige monster das nur ansatzweise herankommt an das was beschrieben ist hier auch wir haben keine ahnung was das sein soll was diese struktur immer drin ist und ich habe mich zurück ist hingefallen hat was gegessen nicht braubare krank wirkungslos verbrennung 3 du hast gar nichts für mich cyrus weil du hast nichts du hast nichts für mich